Droht uns der Weltsystemcrash? Wir fragen heute nach bei Max Otte. Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr geschätzten Experten. Er war schon zwei oder dreimal bei uns zu Gast. Auf jeden Fall schätzen wir ihn sehr für seine klare Kante. Und wir haben ihn extra eingeladen, weil er ein neues Buch geschrieben hat. Und das ist auf dem Weg zum Bestseller. Es heißt Weltsystemcrash. Warum sich einiges ändern könnte in dieser Welt und was das für dein Geld zu Hause bedeutet. Das erklärt uns heute Max Otte. Guten Tag. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder bei uns sind. Ich habe das Buch wirklich fast komplett gelesen. Es ist ja ein richtiges Standardwerk geworden. Sehr, sehr spannend. Erstmal Kompliment und herzlichen Glückwunsch. Ist ja schon mal gut angelaufen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass viele Investoren, gerade am Anfang schreiben Sie das, nicht rational wirklich agieren würden. Sie bringen das Beispiel vom Film Matrix, wo man dann die rote oder die blaue Pille einwerfen könnte. Nach dem Motto, entweder lebt man in der Blase weiter oder man stellt sich der Realität. Jetzt mal verkürzt ausgedrückt. Was kapieren denn viele Investoren oder vielleicht auch ein paar Zuschauer zu Hause aus Ihrer Sicht nicht? Also warum verweigern die die Realität? Es geht ja nicht nur um Investieren. Es geht auch um die Weltpolitik. Also das Buch ist trotz dieser schwierigen Themen auf Platz neu eingestiegen auf der Spiegellist. Da sind wir natürlich extrem happy. Hoffen, dass es natürlich noch weitergeht. Was ich da genannt habe als Beispiel Matrix, Neo und Morpheus, wo es dann die blaue und die rote Pille gibt. Das ist ein ganz gutes Gleichnis, weil es im Gehirn so etwas gibt wie kognitive Dissonanz. Das hat die verhaltenswissenschaftliche Finanzforschung auch sehr gut erforscht. Also wenn wir uns mal festgelegt haben und dann gibt es Fakten, die vielleicht dagegen sprechen. Dann tendieren wir dazu, die zu verdrängen, weil die das Wohlbefinden stören. Also wir suchen lieber die Bestätigung als die Infragestellung. Und der Investor, der Investor muss eigentlich ständig sich in Frage stellen. Und was dann oft passiert bei Investoren ist, du hast was gekauft, findest das ganz toll. Und dann kommen so leichte Störgeschichten, Bitcoin, was weiß ich, die verdrängst du. Und das macht man auch eine ganze Weile erfolgreich. Und irgendwann denkt man dann, naja, vielleicht sind diese falschen Signale doch richtig. Und dann irgendwann verkauft man vielleicht, dann ist es schon viel zu spät. Also man muss sehr aktiv gerade auf die Dinge achten, die das eigene Weltbild, die eigene Investmentthese in Frage stellen. Nicht auf das, was einen selber bestätigt. Das erfordert aber eine gewisse Standhaftigkeit. Das gefordert eine gewisse Souveränität. Und die meisten Menschen fühlen sich halt ganz wohl, wenn sie sich nicht in Frage stellen. Was ist denn jetzt eine These, die Sie vielleicht in den letzten Monaten oder in den letzten zwei, drei Jahren über den Haufen geworfen haben, wenn wir es mal so nennen wollen? Wir waren bei einem Telekom-Unternehmen investiert und dann gab es eine Kapitalerhöhung. Dann haben wir auch noch daran festgehalten. Aber ich habe gemerkt, der Markt dreht völlig. Also die Preise fallen in den Markt und wir haben verkauft. Auch etwas zu spät. Aber wir sind da raus, was wir ja sehr ungern tun, weil wir eigentlich Langfristinvestoren sein wollen. Aber das war so ein Unternehmen, wo wir uns dann getrennt haben. Jetzt zitieren Sie am Anfang auch aus dem Peloponnesischen Krieg. Ich zitiere mal, ich habe nicht für Zustimmung und Applaus in der Gegenwart geschrieben, sondern für die Nachwelt. Aber ist es mittlerweile nicht fast schon ein bisschen Mainstream, den Crash zu befürchten? Weil es fürchten ja einige. Und jetzt könnte man ja so sehen, wenn sehr viele davor waren, was ja durchaus auch vernünftig erscheint bei den Bewertungen, dass er dann eigentlich gar nicht kommen kann. Weil wenn alle damit rechnen, dann kann er doch gar nicht kommen, oder? Ja, also da muss ich noch ein anderes Zitat reinwerfen von Ben Graham, dem Gründervater des Value Investing. Der Ben Graham hat gesagt, deine Investmentthese ist nicht richtig, weil du gegen die Mehrheit läufst. Deine Investmentthese ist nicht richtig, weil du mit der Mehrheit läufst. Deine Investmentthese ist dann richtig, wenn die These in Übereinstimmung mit den Fakten ist. Also letztlich, ob die Leute vor dem Crash waren oder nicht, ist mir ziemlich egal. Die Wahrscheinlichkeit steigt, das haben auch andere gemerkt. Also ich glaube schon, dass diejenigen, die da, wie Markus Kall oder wie Friedrich Weick, wie andere, die jetzt so da rum, es sind ja jetzt ganze Menge, die mittlerweile aus der Deckung gekommen sind. Ich habe es ja zum ersten Mal, wir waren neun Jahre bullish, wir haben 140 Prozent in der Zeit erwirtschaftet, netto für unsere Anleger im Fonds, also von März 2009 bis Januar 2018. Und ich habe im Januar 2018 zum ersten Mal auf dem Fondkongress in Mannheim gesagt, es wird schwieriger. Und eine größere Korrektur, Crash kommt in der ersten Amtszeit Donald Trump. Aber in diesem Buch mache ich ja viel mehr. Ich schreibe ja nicht nur über den Finanzcrash, sondern versuche die geopolitischen Veränderungen, das Finanzsystem, auch das, was sich in unseren Gesellschaften abspielt, bis hin zum Populismus zu verbinden. Und deswegen ist es auch etwas dicker geworden. Wir kommen gleich noch zu den Themen im Detail. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass einige, ich meine jetzt gar nicht Sie, aber einige Crash-Propheten, wie Sie ja gerne genannt werden, schon seit einigen Jahren waren, auch schon seit 2012. Wenn man auf die jetzt gehört hätte, hätte man natürlich einiges verpasst. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum soll es ausgerechnet jetzt crashen in den nächsten sechs, zwölf Monaten? Sie haben jetzt auch gesagt, noch in Donald Trumps erste Amtszeit. Also lohnt sich das wirklich jetzt komplett rauszugehen? Weil wenn das vielleicht doch noch länger weitergeht, wir wissen es ja nicht, verpasst man ja doch einiges. Richtig, nein, das machen wir ja auch nicht. Also das ist mal genau das, mit dem Sie sich selbst hinterfragen. Also eine zeitliche genaue Prognose ist im Prinzip ein Glücksspiel. Man kann das vielleicht eingrenzen, aber ich will noch mal einen Schritt zurück. Wir waren von März 2009 bis Januar 2018 komplett bullish. 100 Prozent Aktienquote, ein bisschen Gold im Keller, also für jemand, der es haben wollte, aber den Fonds voll bullish. Jetzt haben wir auch noch 70 bis 75 Prozent Aktienquote. Ich lese dann in Social Media Boards immer mal, ja, der hat ja zwischendurch immer vor dem Crash gewarnt, gutes Geschäftsmodell. Nein, wir waren bullish, wir waren voll investiert. Natürlich, wenn Sie als Crash oder Krisenexperte bei den Öffentlich-Rechtlichen oder sonst wo geladen sind, dann kommt dann irgendwann eine Headline wieder mit Krise. Das haben die Leute sich dann gemerkt, aber wir waren bullish. Und unsere Abonnenten wissen das, auch unsere Leser und auch die Fondsinvestoren. Also man kann nie alles auf eins setzen. Man kann nie alles auf eins setzen. Wenn ich jetzt sagen würde, der Crash kommt dieses oder nächstes Jahr, ich gehe völlig raus. Das ist ein Glücksspiel, das ist Selbstüberschätzung. Denn selbst wenn jetzt das passiert, was Krall sagt, das europäische Bankensystem rutscht tief in die roten Zahlen, was so ist, also die Prognose ist eindeutig, Rezession in Deutschland, verarbeitendes Gewerbe bricht ein, Rezessionen in den USA, Handelskriege gehen weiter. Also es ballt sich ja vieles zusammen. Selbst wenn das passiert, kann es ja sein, dass die Notenbanken sagen, wir folgen dem Rogoff-Vorschlag, machen 4% mit Negativzinsen, also härtester Staatssozialismus. Ja, und dann gibt es den Melt-up. Boom, dann wollen alle noch schnell in die Aktien. Wir waren etwas vorsichtiger, wir sind seit über einem Jahr etwas vorsichtiger, was uns leicht bremst. Wir sind zufrieden mit der Performance, aber wir sind froh, dass wir diese 20, 25% Liquidität haben, um dann, die dämpfen erstmal den Einbruch und dann können wir zuschlagen. Wir kommen nachher noch später, genau wie Sie die Märkte sehen, wo Sie vielleicht auch Chancen sehen, wo Sie eher vorsichtiger sind. Und vielleicht kurze Frage dazu, sind Sie abgesichert irgendwie, also spekulieren Sie auch, gehen Sie auch short? Nein, machen wir nicht, also wir nennen das Reinheitsgebot, Aktienanleihen und Termingelder und das war's. Sie haben ja die Finanzkrise schon mal erfolgreich prognostiziert, das haben ja nicht so viele geschafft. Was mich jetzt interessieren würde, es gibt ja einige Storys, zum Beispiel von diesem Big Short-Mann, von diesem Michael Burry, der sich damals den Immobilienmarkt genau angeschaut hat. Und das hat ja teilweise schon funktioniert oder auch Ray Dalio hat das auch sehr schön beschrieben in seinem Buch, wie er damals dann zum Finanzminister gegangen ist oder zum späteren zu dem... Ganz großer Mann, der Dalio, wirklich toller. Das ist super, kann man nur empfehlen, auch seine Bücher. Jetzt würde mich interessieren, was macht Ihnen denn im Moment am meisten Sorge? Also was sind jetzt die ausschlaggebenden Faktoren? Was ist sozusagen der Immobilienmarkt von 2007, 2008? Was ist das heute? Also Immobilienmarkt von 2007, 2008 kann man in der Form gar nicht sagen, denn die Aktienmärkte sind nicht über... das sind andere Faktoren. Also der Aktienmarkt global ist vielleicht leicht am oberen Rand, aber Aktien sind okay als Asset-Klasse von der Bewertung her. Immobilien, Top-Immobilien sind sehr teuer, die crashen aber vielleicht nicht so wie die Subprime-Papiere, sondern was da passiert ist, dass wir mehr Leerstände haben, dass die Leute die Mieten nicht mehr bezahlen können, dass da also eine Stagnation eintritt. Also selbst der Immobilienmarkt war ja nach 2008, war jetzt zwar ein deutlicher Rückgang von 20, 30 Prozent, aber kein Absacken wie ein Stein, das waren die Subprime-Papiere. Also Immobilien sind eine Bremse. Es ist für mich die Gemengelage auf der Welt insgesamt. Das heißt, diesmal ist es eben nicht nur eine Asset-Bubble, die platzt, sondern es passieren grundlegende Veränderungen im Weltwirtschaftssystem. Handelskriege, Rezessionen, dann auch wahrscheinlich eine echte ökonomische Krise, die wir ja 2008 vermieden haben. Das heißt, all das, was wir vor uns hergeschoben haben, holt uns jetzt irgendwann ein. Was Sie sehr schön beschreiben, ich werfe Ihnen das jetzt einfach mal zu, das Zitat, die Welt bricht zusammen und Sie machen sich Sorgen um Nicaragua. Vielleicht können Sie das ganz kurz, die Anekdote erzählen, die fand ich nämlich sehr schön. Ja, das ist mein Professor Robert Gilpin. Der hat ein Buch geschrieben, Krieg und Veränderung in der Weltpolitik, War and Change in World Politics. Und er gilt als Vertreter der neorealistischen Theorie der internationalen Beziehungen, also der politischen Ökonomie aus nicht marxistischer Sicht, sondern eher aus staatlicher Sicht. Herr Gilpin war ein ganz toller Professor, kleiner Mann, also noch deutlich kleiner als ich und sehr überlegt und hat wenig gesagt. Aber wenn er was gesagt hat, haben alle hingehört. Und er kam mir entgegen im Foyer der Woodrow Wilson School, der Princeton University, wo ich promovierte. Und da lief gerade eine Konferenz über Nicaragua. Das hatte ja einen gewissen Kultstatus bei Linken, das Land, wegen Ortega und den Sandinisten, Sandinisten so. Und naja, er kam mir entgegen und da war gerade diese Konferenz, das war im Frühjahr 1990, und er sagt, die Welt bricht zusammen und alle machen, oder Sie machen sich Sorgen um Nicaragua. Er meinte damit, die ganze Struktur der Weltordnung bricht zusammen, also der Kalte Krieg, und das führt eben nicht zu einer Ära der Stabilität, sondern im Gegenteil, er befürchtete, dass damit eine Ära der Instabilität, der UNO und der Kriege kommt. Und das ist ja spätestens zehn Jahre später bei 9-11 dann der Fall gewesen, dass diese Ära eingeleitet wurde. Eigentlich schon früher, denn wir haben im Prinzip Kriege mitten in Europa dann schon ab den 90ern gehabt. Also wir haben in der Tat eher eine Ära der Instabilität, weil dieses Strukturmerkmal der Kalte Krieg, Ostblock, Westen, nicht mehr gegeben war. Es wurde ja damals ja schon das Ende der Geschichte ausgerufen, nach dem Motto, Kalter Krieg ist jetzt vorbei, die Russen und die Amerikaner vertragen sich halbwegs, und jetzt sind eigentlich alle gut und kommen miteinander gut aus. Aber jetzt hat das ja nicht ganz so funktioniert. Was fürchten Sie denn jetzt konkret bei diesen ganzen Spannungen? Also was sind aus Ihrer Sicht die größten Gefahren? Es gibt einen Trend, der alles andere überlagert, und da bin ich auch nicht der Einzige, der das sagt. Wenn es richtig ist, werden auch andere darauf kommen. Und das ist eben der Aufstieg Chinas. Und in der Crashkont, habe ich damals geschrieben, China überholt die USA bis spätestens 2016, real, war kein Kunststück. Und 2013 war es der Fall, also was Kaufkraftparität angeht. Wenn man so die nackten Zahlen sieht, sind die USA immer noch ein bisschen vorne. Und Großmächte und Supermächte verhalten sich wie Supermächte. Die setzen mal Militär ein, die sind auch aggressiv, die vertreten ihre Interessen. Das ist auch Teil dieser neorealistischen Theorie der Politik. Und man sieht ja, dass es allen Halben zwischen China und den USA auch Spannungen gibt. Nicht nur den Handelskrieg, da gibt es die Sachen im südchinesischen Meer. Und das muss einem Sorge machen. Die Neuen Seidenstraße ist ein friedliches Projekt, was eigentlich auch gut ist. Also lieber friedliche Expansionen als Kriege und Staaten zerstören. Aber diese Rivalität, die ist fundamental. Die ist so ähnlich wie die zwischen dem Kaiserreich und England um 1900. Und sowas kann in Krieg entgleiten. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das? Ich will da keine Ziffer drauf machen, aber es ist eine reale Gefahr. Man muss sich Gedanken darüber machen. Und das sagt auch Graham Allison, der ist Dekan der Kennedy School of Government gewesen, jahrzehntelang, also ultimativer Politik-Insider, der ein Buch geschrieben hat, was ich auch zitiere, Destined for War. Can America and China escape? Tukididis is trapped. Der kommt wieder Tukididis. Also zum Krieg verdammt können Amerika und China die Falle des Tukididis vermeiden. Und auch er sagt, solche Kriege brechen ja manchmal auch versehentlich aus und eskalieren. Und wir müssen uns, es sind eher die Unfälle, und wir müssen uns heute Gedanken darüber machen, wie wir das vermeiden können. Denn sonst passiert es vielleicht, und das wollen wir alle nicht. Sie schildern das ja sehr schön im Buch, Sie haben gerade den Allison schon angesprochen, und schildern das auch, wie sozusagen die Nummer 1, die USA oder noch Nummer 1, dann ganz strikt das verteidigt gegen den Angreifer, gegen China. Und da steht auch ja dann drin eine These, dass man ganz strikt vorgehen muss, wenn man das sozusagen umsetzt, so einen Handelskrieg. Also wird das auch so kommen? Also die USA können ja eigentlich gar nicht nachgeben, oder? Ja, sie können nicht nachgeben, aber die Zeit ist wahrscheinlich schon verpasst. Also der Trump wahrscheinlich hat ihm Steve Bannon das eingeredet, ich weiß es nicht. Es ist ja auch nicht verkehrt, dass China ein ökonomischer Rivale ist und ein Partner. Nur, ich zitiere Schott und Hofbauer, oder Hoffbauer, wie die Amerikaner sagen würden, die ein Buch über Wirtschaftssanktionen geschrieben haben, 87. Die haben auch gesagt, Wirtschaftssanktionen sind am wirkungsvollsten gegen die Schwachen. Also Syrien, Venezuela, wo es also die Bevölkerung trifft. Wenn ich einen Starken versuche zu boykottieren, dann wird er vielleicht noch stärker. Das sehen wir ein bisschen schon bei Russland, die sich auch ganz gut abgekoppelt haben von Europa und vom Westen und wo die Wirtschaft trotzdem weiterläuft. Wäre das theoretisch eine Chance für Europa, dass dann vielleicht die Amerikaner dann wirklich am Ende als die Dummen dastehen? Und wenn Europa jetzt, sagen wir mal, ist natürlich auch eine schwierige Frage, aber mit Russland und China sich annähert, könnte das sein, dass die USA dann wirklich richtig auf der Strecke bleiben? Jetzt sind wir ja schon im letzten Teil des Buches in gewisser Weise Szenarien, die ich habe für die Zukunft. Und einer ist dieses Kriegsszenario, was unschön ist oder fürchterlich, aber man muss darüber nachdenken, damit es nicht so weit kommt. Das Zweite ist ein neuer Kalter Krieg, amerikanischer Block, chinesischer Block. Da wären wir natürlich im amerikanischen Block. Und mit Russland und Indien so als Unbekannte weiß man nicht genau, was da passiert. Dieser Kalte Krieg würde wir natürlich auch stabilisieren in gewisser Weise. Es würde aber auch heißen, dass die Welt in diese Rivalität hineingezogen würde. Stellvertreterkriege, Geheimdienstoperationen, all das ganze Programm, was wir zwischen 1946 und 1989 hatten. Und das Dritte, was mir am besten gefällt, wäre eine multipolare Weltordnung. Da gewöhnen sich die Amerikaner natürlich ungern dran. Aber, sagen wir mal, eine westliche Hemisphäre und eine europäische, das wäre die Chance für Europa und für die Europäische Union. Da gäbe es einen chinesischen Block und die würden auch Handel miteinander treiben, wären aber zum Teil relativ autonom. Diese Blocks sind groß genug, um sich quasi auch selber zu versorgen. Und es kann ja Handel geben, aber es wäre dann quasi eine regionale Ordnung. Und man würde das auch anerkennen. Die Amerikaner erkennen ja nichts an, an regionale Ordnung. Sie setzen ja quasi nationales Recht als internationalen Standard und erheben sich damit über den Rest der Welt, indem sie dann auch Unternehmen, also nicht-amerikanische Unternehmen, die Geschäfte in nicht-amerikanischen Ländern machen, nach amerikanischem Recht beurteilen. Damit setzt sie sich automatisch natürlich an die Spitze. Das ist in Imperien immer so. Die Imperien haben auch ihre Vorteile, aber es gibt halt einige, die gleicher sind als andere. Jetzt ist ja die Frage beim Handelskrieg aus ökonomischer Sicht. Es wird ja ständig vorgerechnet, wie viele Milliarden das schon die ganze Welt kostet oder die Weltwirtschaft. Wie teuer kann das denn für uns alle noch werden? Ich vertrete ja in dem Buch schon eine etwas nationalere Sicht oder eine regionale Sicht, die auch eigentlich früher eine eher linke Kritik an der Globalisierung war. Also Abstieg der Mittelschicht, weil natürlich die Mittelschicht erpressbar wird durch den Standortwettbewerb. Die großen Kapitalvermögen sind es nicht, die internationalen Konzerne sind es nicht, aber die Mittelschicht, Mittelständler, also all das, was regional gebunden ist, wird erpressbar. Und einerseits haben wir natürlich in der Globalisierung mehr Produktionsausweitung, aber wir haben auch Kosten. Diese Polarisierung der Gesellschaft, die Ungleichheit, der Populismus, ein instabiles Weltwirtschaftssystem. Diese Kosten lassen sich natürlich nicht so leicht messen, aber wenn wir ein stabileres System hätten mit regional stärkeren Grenzen, wo natürlich weiter Handel gibt, aber wo jetzt nicht diese Hyperglobalisierung fort... Wenn wir die Hyperglobalisierung ein kleines Stück zurückdrehen und dafür ein stabileres System bekommen, wäre ich da ganz dafür. Das kann man sehr schwer in Zahlen messen. Kommen wir mal kurz zu zwei Zuschauerfragen zum Thema Crash. Al Mo hat gefragt, sieht Max Ott in einem Crash-Szenario Negativzinsen oder eher steigende Zinsen aufgrund einer Inflation und damit das Platzen der Staatsanleihenblase? Gute Frage, oder? Ja, es gab mal ein Buch von Richard Bookstaber, Teufelskreis der Finanzmärkte oder A Demon of Our Own Design, was original der Bookstaber, hat die Portfolioversicherung, also war ein Mathematikprofessor und Doktor von MIT und hat dann bei Salomon und an der Wall Street als Risk Officer gearbeitet und hat diese Portfolioversicherung mitgemacht. Warum habe ich so weit ausgeholt? Er hat gesagt, in der großen Krise, in der finanziellen Kernschmelze, sind alle Korrelationen eins. Wir wissen nur nicht, ob plus eins oder minus eins. Das heißt, das ist quasi wie bei der Kernspaltung oder wie in der Situation, wo die normalen Gesetze außer Kraft sind, da kann alles Mögliche passieren. Das hängt dann vielleicht auch nur am kleinen Zufall. Wenn ich das wüsste als Investor, könnte ich natürlich genau darauf wetten. Also mein Basisszenario ist schon so, dass wenn jetzt nochmal was platzt, dann wird wahrscheinlich nochmal, werden die Notenbanken nochmal einen Gang zulegen zusammen mit den Staaten und sagen, wir pumpen nochmal massiv rein. Wir machen ganz starke Negativzinsen auf Guthaben, um nochmal diesen Zwangssozialismus, den wir jetzt schon haben in den Finanzmärkten, nochmal zu verstärken. Das geht dann vielleicht nochmal zwei, drei Jahre gut, bevor es dann möglich ist. Also mit Gewalt wird es dann nochmal irgendwie durchgeschleppt, bis halt dann... Ich meine, wir haben ja schon die richtige EZB-Präsidentin für diesen Kurs gewählt. Ich schreibe ja auch was über Juncker, Lagarde und Draghi und so weiter und die ganze Truppe. Also meine Hypothese ist, dass die von der Leyen Kommissionspräsidenten wurde gegen all das, was man vorher ausgemacht hatte. Denn es sollte ja Spitzenkandidaten der jeweiligen Fraktionen geben, also Christdemokraten, das war ja der Manfred Weber und die anderen. Und die sollten ja dann Kommissionspräsidenten stellen. Da wurde das alles vom Tisch gewischt, hat gezeigt, dass diese EU keinesfalls demokratisch ist, dass die wirklichen Entscheidungen von den Staats- und Regierungschefs im Hinterzimmer getroffen werden. Und meine Interpretation der Sache ist, die von der Leyen, die nun wirklich alles vor die Wand gefahren hat, was sie jemals in die Finger gekriegt hat, dass diese Frau die Präsidentin wurde, weil Weidmann nicht Bundesbankpräsident werden durfte. Also man wollte die Lagarde durchdrücken, da hat man sich überlegt, was gibt man Deutschland, die Präsidentschaft und dann wäre es ungefährlich, wer bleibt schön auf Kurs, das wäre schön steuerbar, ach so, die von der Leyen, also nehmen wir die. Das ist so meine, kann natürlich falsch liegen, ich habe mit keinem der Handelnden und Entscheider gesprochen, aber das wäre meine Lesart der Situation. Zu Europa kommen wir gleich noch, wollen wir kurz mal zur Ungleichheit kommen. Die haben Sie auch angesprochen, ich finde, das fühlen Sie sehr, sehr gut aus in dem Buch. Also da sind wirklich sehr viele tolle, spannende Charts drin, wo habe ich so auch noch nicht gesehen. Und das ist auch sehr schön, wie Sie das zeigen, wie das mit dem Populismus teilweise wirklich stark korreliert und einhergeht, ob das jetzt in Europa ist oder vor allem auch in den USA. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir diese Ungleichheit weg? Naja, also die Politik kann schon was machen. Wenn man diese Ungleichheit kritisiert, dann wird man gleich als sozialistisch oder wie vielleicht angemutet. Es ist ja so, dass in den USA gerade die erfolgreichen Kapitalisten das kritisiert haben. Die zitiere ich auch. Warren Buffett, Ray Dalio, Seth Klarman. Ich kann eine ganze Menge sagen, Leute, die Milliardäre, vielfache Milliardäre sind, die gesagt haben, Buffett, es ist Klassenkampf, meine Klasse führt ihn und sie gewinnt. Leider hat er gemeint. Also die Reichen führen den, die Politik kann alles, aber dazu brauchen wir andere Politiker. Also vernünftiges, gerechtes, faires Steuersystem, nicht eins, das mich belohnt als Bezieher von Kapitaleinkünften und denjenigen mit 30, 40, 50.000 Familieneinkommen bestraft und maximal belastet. Die Mittelschicht muss entlastet werden, die Reichen dürfen ruhig etwas mehr zahlen. Also wir müssen eine Menge machen. Aber woran scheitert es denn? Also wir hatten vor kurzem Sarah Wagenknecht hier, die Sie ja auch persönlich gut kennen, die Sie sehr schätzen. Jetzt sind Sie ja nicht gerade im Verdacht, ein Linker zu sein. Frau Wagenknecht schon, aber das ist ja eigentlich dann, also die Probleme oder die Kritik ist ja im Endeffekt dieselbe. Dass man sagt, okay, die Mittelschicht wird ungerecht behandelt, beziehungsweise die kleinen Leute zahlen zu viel Steuern und Milliardäre, die sich ja schon selber darüber beschweren, wie sie es gerade angeführt haben, die sagen, ja gut, ich werde bitte bestäubt nicht mehr. Ja, ich werde nur religiert. Und es ist ja auch die Frage, ob jetzt ein Mensch 100 oder 200 Milliarden braucht, wahrscheinlich im Zweifel eher nicht, weil der kann das Geld ja eigentlich gar nicht mehr ausgeben. 200 hat noch keiner, zumindest nicht wissentlich. Ja, das ist glaube ich bei gut 100 oder nicht im Kopf habe. Die Frage ist ja auch, ob das volkswirtschaftlich sinnvoll ist, weil das Geld fließt ja, das kann ja gar nicht mehr in den Kreislauf reinfließen. Richtig, aber jetzt denken Sie ja sehr kensianisch, das ist ja verpönt. Nein, aber es ist tatsächlich so, also es ist meine Lesart. Ja, das hat auch damals der Ravi Bhattra, der ein Buch geschrieben hatte 1989, The Great Depression of 1990. Das war monatelang ganz oben in der New York Times Bestsellerliste, war so ein bisschen auch Inspiration für mich. Aber der hat damals schon diese klassische Unterkonsumtionsthese gehabt. Wir haben aufgeblähte Asset-Märkte, die den Reichen helfen, leistungsfreie Einkommen zu erzielen. Wenn die Asset-Märkte aufgrund der Niedrigzinsen steigen, ist das ein Riesengeschenk an alle, die schon was haben. Und die nichts haben, die werden bestraft. Die Häuserpreise steigen, die Mieten steigen, die Löhne steigen nicht. Also wir haben ein Riesenumverteilungsprogramm gefahren für die Besitzer und vor allem für die großen Besitzer in den letzten zehn Jahren nach der Finanzkrise. In den USA sind über 95 Prozent der Gewinne am Kapitalmarkt nach der Finanzkrise an das ein Prozent reichste geflossen. Das kann es auf Dauer nicht sein. Dass da Populismus ist, dass da ein Trump kommt oder in Europa, wen wir auch immer haben, das kann man gut verstehen. Und genau das hat Ray Dalio auch ausgeführt in seinem Buch, der das sehr schön gezeigt. Aber jetzt sind sich gefühlt, ich sage es mal alle einig oder sehr, sehr viele, was das Problem ist. Warum wird es denn nicht gelöst? Also ist das einfach dann der Lobbyismus, was auch Frau Wagenknecht darauf angespielt, dass halt einfach viele Politiker dann auf gut Deutsch bestechlich sind oder halt unter dem Einfluss von Lobbyismus stehen. Ist das das Problem? Weil sonst müsste man sich ja eigentlich auf jeden Fall einigen können. Ja, die Politik ist sehr, sehr schwach geworden. Also ich meine, wenn ich mir überlege, da sind viele Funktionäre, die großen Parteien sind letztlich Konzerne, die straff geführt werden. Vor allem meine Partei, wo natürlich immer noch Frau Merkel herrscht, nicht mehr ganz alleine. Und wenn sie mit 15, 16 anfangen, eine Politikerlaufbahn zu machen, können sie auch nichts anderes. Dann hängen sie auf Gedeih und Verderb von ihrer Partei ab. Und oben kommt eben der Lobbyismus dann über die Querpforten rein. Und die Basis wird im Prinzip durch die Funktionäre ruhig gehalten. Also die sind ja schon vom System gefangen, die Abgeordneten und so weiter. Das habe ich natürlich. Das ist keine Demokratiekritik. Ich meine, der Verfassungsschutz sieht das mittlerweile sehr, sehr eng. Also man, nee, da müssen wir das gut achten reinschauen. Also übermäßige Kritik an den bestehenden Verhältnissen, das ist pervers, was der Verfassungsschutz da macht im Übrigen im Moment. Aber, also ich habe schon eine sehr starke Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Nur in den 80ern, als ich Politikwissenschaft studierte, da war das Thema Macht der Parteien, Parteiendemokratie ein sehr viel diskutiertes Thema. Heute ist es das nicht mehr. Warum? Weil die Macht der Parteien so groß geworden ist, dass man das lieber verschweigt und unter den Teppich schiebt. Also wir müssen die Demokratie erneuern. Ich bin deswegen, weiß man ja auch, froh darüber, dass es eine neue Kraft gibt in Deutschland. Auch wenn alle anderen sagen, die wollen wir nicht, aber anscheinend gibt es zu vielen Fragen, eben Euro-Rettung, Migration, was auch immer, gibt es doch einen großen Teil der Bevölkerung, der das anders sieht und der das nicht abgebildet sieht im traditionellen Spektrum. Das ist für mich auch Erneuerung der Demokratie. Kommen wir mal auch zu einer These, Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass das Wirtschaftswachstum ja nicht so gut sei, wie das vielleicht überall noch so wahrgenommen wird und dass die Produktivität ja auch nicht wirklich was hergebe. Auf der anderen Seite steigen doch dann aber immer wieder die Gewinne, gerade der großen Unternehmen, die verdienen sich ja dumm und dämlich. Und es kommt, gerade gestern kam wieder eine Meldung, ja, Quartalsergebnisse gut, Börsen sind jetzt auch wieder zuletzt wieder gestiegen, DAX wieder fast bei 13.000. Also wie passt das dann so zusammen? Also die Nullzinsen und die Niedrigzinsen sind ein Subventionsprogramm, nicht nur für die Vermögensbesitzer, sondern für die großen Oligopole, für die Großkonzerne. Die kommen extrem günstig an Schulden ran, die können andere Unternehmen aufkaufen. Das heißt, die letzten zehn Jahre ist sehr viel in Rückkauf eigener Aktien geflossen, in Fusionen, in Mergers, sehr wenig in reales Investment, also in Produktivitätssteigernes Investment. Also Nullzinsen und Produktivitätsrückgang hängen miteinander zusammen. Das haben auch Forscher mittlerweile, Forscherteam aus den USA nachgewiesen, ökonometrisch. Denn der Zins ist eigentlich der Gradmesser für eine Wirtschaft. Und wenn ich den künstlich nach unten drücke, müssen sich die Unternehmen auch nicht mehr anstrengen. Und die Mächtigen kriegen quasi die Finanzmittel gratis nochmal dazu und können damit aufkaufen, können ihre Bilanzen schönen, können Aktien zurückkaufen über Kredite, über Billige. Also es ist auch da ein Umverteilungsprogramm aus dem Mittelstand raus zu den Großkonzernen. Wie stehen Sie eigentlich, Stichwort Mächtiger, Sie waren oder sind noch sehr mächtig, die deutschen Autobauer. Würden Sie da noch investieren? Wir sind sehr, sehr vorsichtig geworden. Wir hatten lange einen Münchner Autobauer, haben wir verkauft. Muss man nicht, muss man nicht. Wir gucken natürlich immer, wir finden, dass es Besseres gibt. Also wir wünschen uns natürlich auch, dass die deutschen Autobauer das durchstehen. Nein, das ist nicht chancenlos. Die haben riesige Herausforderungen. Die Dividenden stimmen, die Preise der Aktien stimmen. Aber wir haben gesagt, finden wir was Besseres. Jetzt stehen wir da ja in gewisser Weise vor einem Konflikt. Sie haben auch kritisiert in dem Buch oder auch schon öfter, dass Deutschland dann oft die eigene Industrie kaputt macht. Zum Beispiel die Autobauer. Das ist der Hammer. Auf der anderen Seite, glauben Sie an den Markt, oder? Grundsätzlich. Ja, kommt doch an. Ich glaube nicht an den Markt. Das ist schon mal genau so eine Frage. Ich glaube nicht an den Markt. Oder an Angebot und Nachfrage. Nicht nur. Nein, es kommt darauf an, wie das geregelt ist. Mein Standpunkt ist nicht der der Regulierung. Denn das ist für mich ein ganz komisches Wort. Das heißt ja, dass der Markt eigentlich gut läuft. Und ich muss nur ein bisschen nachsteuern. Ich bin ganz klassisch bei den Vätern der sozialen Marktwirtschaft. Ich nenne das Ordnungspolitik. Das heißt, der Staat, wir, die Politik, muss den Ordnungsrahmen vorgeben. Das ist das Primäre. Und dann können sich innerhalb dieses Rahmens Märkte entwickeln. Aber jetzt könnte es ja folgendes Problem geben. Das ist jetzt auch gar nicht unbedingt meine Meinung. Aber es gibt ja diese ganzen E-Auto-Fans, sage ich mal. Oder ob das jetzt Tesla ist. Oder die sagen, okay, China ist uns da weit voraus. Wenn jetzt theoretisch der Markt einfach nicht mehr viele BMWs oder Daimler nachfragt in ein paar Jahren, stehen wir ja vor dem Konflikt. Okay, da muss vielleicht der Steuerzahler einspringen. Was auf den ersten Blick natürlich mal sinnvoll erscheint, weil wir Arbeitsplätze retten. Auf der anderen Seite könnte es ja auch sein, dass man dann eher tote Geschäftsmodelle finanziert. Wie soll da einspringen? Also indem er die Firmen nochmal subventioniert oder was? Zum Beispiel. Das ist dann eben die Frage. Also diese Diskussion könnte ja kommen. Und dann wird es wahrscheinlich auf der einen Seite, wenn man die Autobauer, sage ich jetzt mal, extrem, wenn man die Pleite gehen lässt, dann würde es wahrscheinlich einen Riesenaufschrei geben. Wenn man sie subventioniert, könnte es natürlich auch ein Problem werden. Also sehen Sie da nicht ein Riesenproblem kommen? Weil das ist ja für Deutschland eine, ja, das ist ja die Industrie schlechthin. Ja, also besser wäre es natürlich Zukunftsindustrien zu fördern. Jetzt nicht direkt vielleicht finanziell, aber mit Rahmenbedingungen. Auch auf europäischer Ebene. Ich gehe mal auf ein etwas anderes Feld, wo ich auch, ich schreibe ja durchaus, dass Staaten immer noch Akteure im Wirtschaftsleben sind. Dass die Amerikaner eine brutale Industriepolitik für die eigenen Konzerne machen. Und zwar nicht erst seit Trump, schon lange vorher. Und dass die Chinesen das sowieso tun. Der Transrapid hier in München erfunden, der fährt jetzt sehr schön und vielfach in China, nachdem einer verkauft wurde. Bei den Internetkonzernen wäre es so. Wenn wir allein nur europäisches Recht anwenden würden, dann säße Mark Zuckerberg hier im Gefängnis, wenn er kommen würde und würde nicht vom EU-Parlament gehört. Weil dieser Konzern natürlich lange gegen jegliches europäisches Datenschutzrecht verstoßen hat. Wenn wir also Chancengleichheit schaffen würden, irgendwie einen europäischen Markt fördern würden, man kann das mit leichten Vorteilen machen. Also wenn ich sage, die kriegen eine Steuererleichterung oder wir haben gewisse Zölle, wie auch immer, rund, das ist das Argument von Friedrich List, dann ist das ja nicht das Ende der Marktwirtschaft. Wenn ich sage, also Internetkonzerne aus dem Ausland werden besteuert und vielleicht die europäischen kriegen etwas weniger Steuern, dann kann der Markt ja immer noch wirken. Der eine hat ein bisschen Rückenwind, der andere hat ein bisschen Gegenwind. Also man kann schon eine ganze Menge Maßnahmen machen, die marktkonform sind, die aber vielleicht doch helfen, dass wir eine eigene Internetindustrie kriegen, dass wir auch im Bereich E-Autos nach vorne kommen. Problem ist allerdings, wenn die deutschen Konzerne zu 70, 80 Prozent internationaler Hand sind und wenn sich der Cheflobbyist dieser internationalen Investoren, dass es Friedrich Merz sogar noch anschickt, hier in der Bundespolitik eine Rolle zu spielen, also ich teile die Merz-Euphorie nicht, weil er im Prinzip Cheflobbyist für BlackRock ist und war und als solcher, wenn das Ganze in den USA stattgefunden hätte und er wäre für eine ausländische Kapitalgesellschaft tätig gewesen, hätte erst mal zehn Jahre Ruheperiode einlegen müssen, das wünsche ich mir hier auch. Also da gibt es viele Dinge, die Deutschland, die Europa überdenken muss, wenn es auf Dauer bestehen will. Kommen wir mal zum Stichwort Schulden. Da schreiben Sie in Ihrem Buch auch schön von einem Kollegen, der warf dann mal ein, ich glaube in Berlin war es, wenn ich mich richtig erinnere, das ist ja alles schön und gut, Kritik an den Schulden, aber bedenken Sie bitte, dass die Schulden des einen das Guthaben des anderen sind und zusammen ist das buchhalterisch immer null. Warum? Das ist ja in der Theorie gut und schön, aber warum ist es in der Praxis nicht so? Das war Herr Michael Burda, der Zwischenreicht, also ein Amerikaner, hat mit dem Haus Burda nichts zu tun und war auch Zwischenreicht Chef des oder Vorsitzes des Vereins für Sozialpolitik der Deutschen Ökonomenvereinigung. Klar, ich kann Schulden gegen Guthaben, das ist wie bei der Geldschöpfung, nur wenn ich letztlich sehr viel Finanzvermögen habe, dann muss ich das ja auch mit Zinsen bedienen und so weiter und wenn ich das, wenn ich also diese Schulden und Guthaben immer weit alles virtuell aufblähe, hängt ja letztlich doch an der Realwirtschaft. Wenn die dann den Rückwärtsgang einlegt, dann habe ich natürlich in meinem ganzen Schuldengebäude eher auch den Rückwärtsgang, beziehungsweise auch da die Crashgefahr eines Schuldendepressionen, einer Bilanzdepressionen. Finden Sie die Schuldenbremse dann eigentlich richtig? Das ist der größte Quatsch. Also alle anderen machen Schulden und wir versuchen sie zu vermeiden. Genau, also ist da nicht die Gefahr, dass wir noch viel, viel mehr abgehängt werden, zum Beispiel im Vergleich zu China oder USA? Ja, also es ist grausam. Ich meine, wenn ich als Finanzminister Geld bekomme zu minus 0,1 Prozent oder minus 0,3, was auch immer, da muss ich doch sagen, immer her damit, ich nehme, ich baue Universitäten, Straßen, Infrastruktur, kurbel die Binnenkonjunktur an, mache uns weniger abhängig vom Export. Ich müsste doch, also mein Vorschlag wäre, dass die Bundesrepublik Deutschland einen Fonds macht, eine Billion als Staatsschulden emittiert und das in Infrastruktur- und Aktienfonds steckt. Und diese Billion, das Schöne wäre, die würde ja nicht nur von Inländern gezeichnet, da würde das Ausland uns quasi auch finanzieren. Wir sind ziemlich sicher, dass diese Geldforderungen relativ bald deutlich abgewertet werden und wir haben dann trotzdem die Infrastruktur. Also ich finde den Vorschlag auch grundsätzlich gut, aber jetzt haben wir ja wieder das Problem, Sie schreiben ja auch, dass die Schulden durchaus auch ein Grund sind, warum Sie eigentlich sich Sorgen machen. Also wenn wir dann, dann würden wir doch das Problem eigentlich wieder vergrößern, oder? Erstmal haben wir einen Infrastrukturfonds, wir haben in Infrastrukturentwicklung, investiert, wir haben Arbeitsplätze, wir tun was für die Wirtschaft. Dass wir natürlich weiter auf diese Schuldenfalle, auf diese grundsätzliche Neuordnung der Schulden zulaufen, ist klar. Nur, da bin ich bei meinem Kollegen Daniel Stelter, in der Welt voller Schulden ist es nicht so gut, ein Gläubiger zu sein. Da ist man selber besser als Schuldner. Die großen Unternehmen haben es kapiert, etliche Staaten haben es kapiert, nur die Deutschen tragen diesen schwarzen Null-Fetisch vor sich her. Also sind Sie dann heimlich auch so ein bisschen Anhänger von dieser Modern Monetary Theory? Das ist jetzt ein ganz tiefes Thema. Nein, weil ich glaube, dass am Ende natürlich eine grundsätzliche Reorganisation des Geldsystems steht, beziehungsweise eine Währungsreform oder Schuldenschnitte oder was auch immer. Das heißt, wir steuern schon auf eine Bereinigung zu. Aber wenn wir jetzt mitspielen, wäre es sehr dumm, wenn die Bundesrepublik auf der Seite der Gläubiger stünde nur und dann ihre Guthaben gestrichen bekäme, dann lieber Schulden aufnehmen und Straßen bauen. Jetzt ist ja die Staatsverschuldung der USA ungefähr auf Level Zweiter Weltkrieg. Auf der anderen Seite, wenn man es mal zum Beispiel Großbritannien sich anschaut, war die Staatsverschuldung, muss man weit zurückgehen, aber schon viel, viel höher. Japan ist ja auch ein Beispiel, was immer gerne genommen wird. 250 Prozent Staatsverschuldung, lustigerweise sind in den letzten Monaten sehr viele Investoren in den Yen geflohen. Also ist das nicht eine total verrückte Welt? Naja, wer weiß, was sie dann mit dem Yen gemacht haben, ob sie da die Anleihen gekauft haben, ist glaube ich eher nicht, sondern haben sie was anderes dafür gekauft. Also in Japan kommt natürlich die Währungsreform, ist ja völlig klar. Vielleicht streichen die irgendwann mal eine Null und die meisten Staatsschulden werden ja entweder von der Notenbank gehalten oder von japanischen Staatsbürgern. Das heißt, Japan beteiligt systematisch die eigene Bevölkerung an diesen Schulden und irgendwann wachen die auf und sind ärmer. Meine Zuschauerfrage zu dem Thema von Dirk Flemming. Was passiert bei einem Systemfinanz-Eurocrash mit vorhandenen Schulden, wenn beispielsweise bei einer Hyperinflation Geld massiv entwertet? Was passiert auf der anderen Seite mit den Schulden? Hier hätte ich gerne mal von den Crash-Gurus konkrete Aussagen. Naja, das hängt immer davon ab, was die Staaten machen. Natürlich werden, das Geld soll entwertet werden. Die Schulden sind zum, also die Guthaben sind 1 zu 10 umgestellt worden in der Währungsreform. Die Bankschulden nur 1 zu 2. Das heißt, meine Schulden musste ich weiter bedienen, auch nachher. Das kann schon ungleich sein. Aber was da genau passiert, das hängt dann davon ab, wie die Regierungen, die Finanzminister sich dann da rauskaufen. Das ist Politik. Da gibt es keine Gesetze. Ich meine, das ist ja dann quasi Insolvenz und da gibt es keine geordneten Verfahren. Das hängt dann von der Situation ab. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch von der Allesblase. Ist ja jetzt auch bekannt, dass es keine wirkliche Inflation bisher gibt, sondern eher so eine Vermögenspreisinflation. Heißt das jetzt, wenn der Crash kommen sollte, dass dann auch alles crasht? Also Immobilien, Aktien oder kann man das so einfach nicht sagen? Kann man so einfach nicht sagen. Auch Aktien werden etwas crashen. Aktien sind halt die Asset-Klasse, wo die Leute am nervösesten sind. Aber es gibt gute, billige Aktien, was weiß ich, Telekom-Werte, manche, die gute Dividenden zahlen mit stabilen Cashflows. Da hält sich das vielleicht in Grenzen. Aber in dieser, falls es crasht, gibt es keine Asset-Klasse, wo man das Vermögen wirklich erhalten kann. Also wer wetten will, muss Derivate kaufen. Dann muss er aber wieder auf einen genauen Zeitpunkt wetten. Das machen wir nicht, weil das extrem schwierig ist. Und da kann man auch ganz schnell baden gehen. Was vielleicht am wenigsten crashen wird, ist aus meiner Sicht tatsächlich Gold. Das steigt jetzt gerade so langsam wieder oder auch schneller, 20, 25 Prozent vom Tief. Da werde ich auch schon gefragt, jetzt ist Gold doch schon wieder so teuer. Nein, seit 2011 sind wir runter. Wir hatten dazu Inflation. Wenn es jetzt mal wieder 20 Prozent hoch ist, das ist für mich so, die Klingel, der Zug fährt jetzt ab, jetzt könnte er noch einsteigen, aber jetzt ist auch Zeit. Also zum Vermögen zu halten, glaube ich, sind Edelmetalle mit das Beste und billige Aktien in dem Sinne, dass die Cashflow stark sind und ein stabiles Geschäftsmodell und keine allzu hohen Multiples haben. Das wäre meine bevorzugte Asset-Klasse. Aber sind Aktien nicht vielleicht doch sinnvoll, selbst wenn sie crashen im Vergleich jetzt zu einer Währung dann, wo ich überhaupt nicht weiß, was passiert? Ja, ich habe gerade gesagt, Edelmetalle und Aktien mit niedrigen Multiples sind so meine bevorzugten, weil Immobilien sehr teuer sind, gute, durch die Niedrigzinsen. Das wird sich dann auch ändern im Crash. Dann wird ja auch das neu sortiert. Das sind die Asset-Klassen, die ich wirklich bevorzugen würde. Wie viel ist denn Gold jetzt sinnvoll? Wir hatten vor kurzem Horst Lüning da, der hat einen sehr hohen Goldanteil, ist Unternehmer mit seinem Whisky-Versand. Ja, eben Gold und Whisky ist ja gar keine schlechte Kombination. Also ich glaube, 40 Prozent waren es Gold und Silber, wenn nicht 40 bis 50 sogar. Schon sehr hoch. Was ist denn, sagen wir mal, für den Hausgebrauch sinnvoll? Also 10, 20 Prozent gilt ja als Faustregel. Aber wenn es crasht, sind ja 10 Prozent dann eigentlich auch wieder relativ wenig. Ach ja, also freut man sich schon drüber. Und ich meine, also erst mal, was der Horst Lüning macht, der ist nun mal unabhängig, hat genug Vermögen. Der kann sich auch neben seinem Unternehmen alles in Gold hinlegen. Da wird er immer noch über die Runden kommen. Also das ist ein bisschen Hobby. Er ist ja nicht professioneller Investor oder betreut. Also wenn der 40 Prozent machen will, warum denn nicht? Soll er das machen? Wenn ich 10 Prozent habe, das schlage ich so als Basis vor. Klar, das wird natürlich nicht den Niedergang des Depots kompensieren und der anderen Assetklassen. Aber es wird schon wahrscheinlich was steigen. Und ich kann damit natürlich dann nach einiger Zeit sehr günstig andere Assets einkaufen. Also ich sage auch bis 30 Prozent für ganz Ängstliche. Warum denn nicht? Aber 10 wäre unsere Basisempfehlung. Kommen wir kurz zum Brexit. Das ist ja auch ein Dauerthema, was gefühlt nicht mehr gelöst wird. Wie schätzen Sie denn da die Lage ein? So wie am 21. Juni 2016 bei Markus Lanz, als er gerade durch war, der Brexit. Also alle sagten, jetzt kommt der Brexit. Ich habe damals gesagt, 50-50. Die Eliten, die großen Medien haben zwei Jahre Zeit, gegen Propaganda zu machen, das Ding zurückzudrehen, die Bevölkerung gegen den Brexit zu wenden. Weil natürlich die Eliten das nicht wollen. Und da stehen wir heute eigentlich auch noch. Also 50-50, bestenfalls. Aber jetzt nehmen wir an, der Brexit würde kommen. Wer wäre denn der große Verlierer? Europa? Doch, die Englander. Natürlich ist England der Verlierer. Es sei denn, sie machen ganz brutal auf große Steueroase, was sie jetzt schon zum Teil sind. Aber ich glaube nicht, dass man Land von der Größe Englands allein als Steueroase betreiben kann. Aber natürlich wäre England der Verlierer. Also ich wünsche mir ja für Deutschland, endlich bekommt Frankfurt vielleicht den Platz wieder, der ihm zusteht. Ich meine, verrückt, die Deutsche Bank packt ihr Investmentbanking nach London, all das. Und hier haben wir die größte Industrie, da gehört eigentlich auch ein wirklich gutes Bankenzentrum hin. Und wo eiern die deutschen Banken rum? Also England wäre der Verlierer. Das sollen sich auch einige schon überlegt haben, nach Frankfurt umzusiedeln. Hört man ja immer wieder, dass da einiges im Gang ist. Aber könnten wir nicht auch ein bisschen draufzahlen? Zum Beispiel, die deutschen Autobauer verkaufen sehr viel nach England. Könnte das ein Problem geben mit Zöllen zum Beispiel? Oder ist das egal? Sehr viel ist es nicht. Das sind gute Autos. Da wird wahrscheinlich die Nachfrageelastizität nicht so groß sein. Also wenn da ein bisschen mehr Zölle sind, werden die Autos etwas teurer. Wird vielleicht ein bisschen weniger gekauft. Aber das wird sich sehr in Grenzen halten. Also ich glaube, dass es wirklich in Summe für Deutschland, für den Rest Europas gut wäre. Also würden Sie Großbritannien jetzt auch eher in Sachen Aktien die Finger dann davon lassen? Das wiederum nicht. Gibt es da spannende Sachen? Ja, wir haben schon Sachen. Wir haben Vodafone gemacht, die Riesenabschreibungen noch auf der Bilanz haben aus der Mannesmannszeit. Aber einen sehr guten Cashflow, relativ billig. Ist jetzt schon ein bisschen gestiegen. Also weil eben diese Brexit-Angst schon jetzt seit zweieinhalb Jahren auf den englischen Aktien lastet, finden wir da durchaus das eine oder andere. Denn das ist eingepreist. Kommen wir zum Euro. Dann Europa ohne Briten vielleicht. Mario Draghis Karriere ist jetzt so gut wie vorbei. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Wie würden Sie seine Amtszeit beschreiben? In einem oder zwei Sätzen? Whatever it takes. Also Lobbyist für Südeuropa und Befürworter einer grenzenlosen Intervention an den Märkten. Eigentlich Zerstörer der klassischen Idee von Notenbanken. Und jetzt ist ja die Frage, Christine Lagarde, die Nachfolgerin. Was kommt da jetzt auf uns zu? Wird es jetzt noch schlimmer oder läuft es jetzt einfach so weiter? Nein, die legt noch einen Zahn zu natürlich, denn die ökonomische Lage wird sich ja verschärfen. Und dann wird die EZB schon noch einen Gang drauflegen. Was würden Sie denn jetzt, angenommen als EZB-Chef, wenn Sie jetzt auf Mario Draghi folgen würden, was würden Sie machen? Es wäre ja schon schwierig, jetzt einfach die Zinsen zu erhöhen, oder? Richtig. Nein, man muss wirklich, und das ist natürlich auch nicht im Mandat des EZB-Chefs, man muss jetzt die ganze Konstruktion überdenken. Man muss also, zum Beispiel habe ich ja immer dafür plädiert, dass einige Länder ausscheiden können, dürfen oder ausscheiden können aus der Eurozone. Das würde eine flexiblere Eurozone machen. Das würde dann verhindern, dass Grenzstaaten, also Staaten, die am Rande stehen, eigentlich nicht reingehören, den Rest der Eurozone erpressen und Riesenkredite bekommen. Dann bitte geht euren Weg alleine. Oder man würde vielleicht eine Parallelwährung in Italien einführen. Das hatten wir schon mal, eine für die inländischen Transaktionen, eine für die internationalen. Also man müsste das System flexibler machen und atmender machen, in welcher Form auch immer, was natürlich nur mit Hilfe der EU- und Regierungschefs geht. Aber man könnte als Präsident da ja auch Lobbyarbeit für betreiben. Wie schlimm steht es denn jetzt um Europa, beziehungsweise besser gesagt die Eurozone? Also Sie führen zum Beispiel auch die faulen Kredite in Ihrem Buch natürlich an. Ist ja bedenklich, gerade Italien ist da ein Riesenproblem, aber auf Frankreich, auf Platz 2, Frankreich wird ja oft auch überschätzt, unterschätzt als Problem. Wie groß ist denn die Gefahr nach wie vor? Denn viele haben ja die Euro-Krise gefühlt gar nicht mehr so auf dem Zettel. Richtig, die ist verdrängt jetzt mittlerweile. Das war damals eine Riesenaufregung und mittlerweile hat man das ganz gut unter den Teppich gekehrt. Aber das Problem ist größer als damals. Die Target-Salden sind jetzt auf dem Höchststand wieder. Sie waren zwischendurch mal etwas besser. Die Ungleichgewichte haben sich noch nicht, die Produktionsstrukturen haben sich noch nicht angeglichen. Also gerade durch die Niedrigzinsen haben wir ja ineffiziente Länder und Produzenten im Markt behalten. Der Cocktail ist also noch viel schlimmer geworden. Das heißt, die Zwangsmaßnahmen, die Subventionen müssen auch schlimmer werden. Das Ding könnte uns schon irgendwann jetzt um die Ohren fliegen. Noch eine Zuschauerfrage von ErpelenteYT, wie man es auch immer aussprechen mag. Was hält Max Otte von Markus Kralls Prognose für Mitte, Ende 2020? Und denkt er, dass der Euro daran zerbrechen könnte? Könnte, ja. Ob er es dann tut, weiß ich nicht. Also ich bin in engem Austausch mit Markus Krall und sein Modell ist überzeugend. Also dann rutscht die Banken, die Finanzindustrie, also die Banken in Europa rutschen tief in die roten Zahlen. Sie brauchen ihr Eigenkapital auf. Der Bankensektor könnte implodieren. Also das Szenario kommt auf uns zu. Aber auch hier ist die Frage, was die Staaten machen. Vielleicht fallen ihnen neue sozialistische Zwangsmaßnahmen, Zentralverwaltungsmaßnahmen ein. Und dann wird halt per Ordre das Ding noch ein bisschen am Leben erhalten. Also was aus der Prognose, aus der richtigen Prognose von Markus Krall folgt, das wissen wir nicht. Jetzt wird ja immer wieder als Beispiel angeführt, warum der Euro schlecht ist, zum Beispiel für die Südländer auch, weil es natürlich dann zu teuer ist, zum Beispiel für Italien. Aber jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, sind da nicht auch strukturelle Probleme? Also nur wenn die Italiener jetzt ein bisschen abwerten würden, wenn jetzt einfach die Strukturen nicht da sind, zum Beispiel in Süditalien gibt es ja auch große Probleme. Da entstehen ja jetzt nicht über Nacht neue Arbeitsplätze, nur weil jetzt eine neue Währung da wäre oder eine alte Währung wie die Lira. Also sind da nicht wirklich strukturelle Probleme, die man grundsätzlich angehen müsste? Also das lässt sich ja nicht alles lösen, wenn der Euro weg ist, oder? Ja, es wird ja durch den Euro überkleistert. Also es wird durch den Euro überkleistert und die Energien werden in eine falsche Richtung gelenkt. Nämlich in den Streit, der Euro-Länder untereinander wer geschuldet, wem was. Wenn ich eine nationale Währung hätte, würde man sich auch mehr auf die eigenen Probleme konzentrieren, könnte immer noch Hilfsmaßnahmen bekommen. Also der Euro ist eben sehr kontraproduktiv, wenn es darum geht, diese Probleme anzugehen. Aber jetzt wird ja eben angeführt, Deutschland, wir haben profitiert, wir haben diese Scheinblüte, weil wir eben abgewertet haben. Eine D-Mark wäre demnach theoretisch viel höher. Das heißt, wir könnten dann weniger BMWs nach Amerika oder China verkaufen. Was haben wir durch den Euro? Wir haben eben nicht profitiert und wir sind auch kein reiches Land. Das sagt ja Daniel Stelter sehr schön. Wir haben durch die zu niedrige Währung, was Folgendes passiert. Wir haben sehr viel Export. Damit haben wir eine extrem exportlastige Industrie, was uns in der nächsten Krise um die Ohren fliegt. Die Überschüsse aus dem Export haben wir extrem doof angelegt. Die haben wir quasi ins Feuer geworfen. Target-Salden, sonstige Dinge. Das heißt, all das... Das Geld ist ja theoretisch weg. All das, was wir verdient haben, ist weg. Kann man sagen, wir haben die Exportindustrie gestärkt. Schön. Aber wenn wir das nicht gemacht hätten... Und das Dritte ist, durch die niedrigen Euro wird die deutsche Industrie ausverkauft. War gerade letzte Woche im Fokus, glaube ich, eine Titelgeschichte sogar. Das ist schade, dass es jetzt erst war. Sonst hätte ich es noch ins Buch aufgenommen. Also wir haben die deutsche Industrie verschleudert. Das ist zu 70, 80 Prozent ausländischer Hand. Alles Folgen des niedrigen Euros. Und obendrauf kommt noch, dass wir Schlusslicht beim Haushaltsvermögen in der Eurozone sind. Wir, die angeblich reichen Deutschen. Das ist ja bedenklich. Da sind die Italiener ja komischerweise sehr weit vorne. Dieses Märchen vom reichen Land, was man uns da erzählt hat. Und viele Deutsche glauben das noch. Und wir sind in Summe extrem schlecht gefahren mit dem Euro. Jetzt warnen Sie ja davor, dass die Planwirtschaft sozusagen noch ausgebaut wird in Europa. Also was könnte denn da auf den Steuerzahler, auf den Deutschen jetzt erst noch zukommen? Also vielleicht geht es ja erst richtig los. Wird ja alles schon diskutiert. Fleischsteuer, was weiß ich. Irgendwann gibt es ja eine Vergnügungssteuer. Keine Ahnung. Oder Arbeitslosenversicherung, theoretisch europäische. Europäische Arbeitslosenversicherung, Europäische Bankenunion, was ja ein Lobby-Name ist. Der ist ja so geprägt worden. Das heißt eigentlich, man will an das Geld der deutschen Sicherungstöpfe. Also Deutschland, die letzten Kapitalreserven Deutschlands werden geplündert. Nachdem auch, nachdem die Deutschen schon beim Vermögensaufbau ganz hinten sind. Es ist etwas frustrierend. Jetzt ist natürlich die Frage, wie Europa sich trotzdem aufstellen kann für die Zukunft. Natürlich, das kann man alles wieder zurückdrehen, theoretisch. Aber wäre es dann nicht doch sinnvoller, dass irgendwie, das kann ja mit oder ohne Euro sein, das ist ja vollkommen offen, dass man trotzdem geschlossen irgendwie auftritt, weil man sonst wahrscheinlich immer mehr Bedeutung verlieren würde, oder? Wenn jetzt die Chinesen immer weiter aufsteigen, dann kommt noch Indien vielleicht, Russland, USA. Also wenn da jetzt sich das alles zersplittert, dann wird es wahrscheinlich noch schwieriger, oder? Richtig, richtig. Also wir haben dieses Europa falsch gebaut. Man müsste es anders bauen. Man müsste gewisse Elemente zentral haben, nicht die Regulierung verschiedenster einzelner Banken-Dinge. Also ich kann eine Bankenregulierung schon national haben. Ich muss zentral haben, vielleicht eine Handelspolitik, ist ja jetzt schon so, Verteidigungspolitik, aber eine echte. Also ich muss nach dem Subsidiaritätsprinzip vorgehen. Ich muss vor allem aber erstmal die politischen Institutionen erneuern. Und das ist eben mit Lagarde und von der Leyen nicht so ganz geglückt. Ich brauche ein echtes Wahlrecht. Also Markus Krall nennt das EU-Wahlrecht Apartheid-Wahlrecht. Weil zwischen Malta und Zypern und Deutschland und Frankreich ist, glaube ich, der Faktor 20, wie viel. Also in Deutschland und Frankreich brauchen sie 20 Mal mehr Stimmen für einen Abgeordneten als in diesen kleinen Ländern. Also eine Riesenverzerrung zugunsten der kleinen Länder. Wir brauchen ein Parlament mit vollem Budgetrecht, was auch den Kommissionspräsidenten vorschlägt. Wir müssen da die Staatschefs entmachten, was der französische Staatschef nie akzeptieren würde. Wir müssen die französische Nuklearmacht vergemeinschaften, was natürlich auch ein Riesenthema ist. Also wenn wir schon die D-Mark vergemeinschaftet haben, brauchen wir auch eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Da ging es ans Eingemachte. Also wenn wir Europa wollen und in der Tat, das ist das Argument, was viele haben, es geht nur gemeinsam. Sehe ich auch so. Da müssen wir aber ganz vorne wieder anfangen. Ganz, ganz vorne. Jetzt weisen Sie auch auf eine Kontroll- und Manipulationsspirale. Schwieriges Wort hin. Was wird denn aus Ihrer Sicht manipuliert? Vor allem wie stark sind die Aktienmärkte aus Ihrer Sicht manipuliert? Bei den Aktienmärkten haben wir natürlich einmal, wie bei allen Assetmärkten, das Thema mit den niedrigen Negativzinsen, die da zu schönen Aufwertungsgewinnen geführt haben. Das nächste ist, dass wir viele Sachen außerhalb der Aktienmärkte mittlerweile haben in Private Deals, Private Equity, Club Deals. Also die freien Börsen auf dem Rückmarsch sind im Vergleich zu solchen organisierten Strukturen. Also da ist ein bisschen Manipulation, aber noch relativ wenig im Vergleich zu dem, was Meinungsmanipulation und Mainstream-Meinungen angeht. Was ja auch manipuliert werden könnte, fürchten viele durch die negativen Zinsen, dass ein Bargeldverbot vorbereitet wird, beziehungsweise schon im Gang ist. Warum sehen Sie das so kritisch? Bargeldverbot ist das Ende der Freiheit. Also bei den Kryptowährungen, ja, das soll anonym sein, aber wenn Sie irgendwo, das wird ja gehäckselt, das sind dann viele Bits, die durch die Gegend fliegen, das wird ja zerstückelt, aber wenn Sie irgendwo mit einem dieser Informationsbits dann das irgendwo mit einem Konto verknüpfen können, da hat er irgendwas gekauft oder wie auch immer, dann haben Sie den ganzen Menschen transparent, und zwar nicht nur die letzten drei Monate, sondern die letzten 20 Jahre. Das Ende des Bargelds wäre, da bin ich mit meinem Kollegen Norbert Hering völlig einig, wäre der Weg in die totale Kontrolle, es wäre die Horrorvision par excellence. Und jetzt habe ich gesehen, dass beim Spiegel Online Werbung gemacht wird, zum Beispiel für Chips in der Hand, also eine TUI-Tochter, da hätten Sie schon Chips in der Hand und die werden alle super happy damit. Also ich, manchmal, ich bin jetzt, ich habe die 50 überschritten, aber manchmal denke ich, technisch verstehe ich das alles, aber was machen die Menschen da? Lässt sich das noch aufhalten aus Ihrer Sicht? Gucken wir mal, also arbeiten wir dran, dass da ein bisschen Vernunft weiter herrscht. Jetzt kommen wir zum abschließenden Block und zwar wollen wir noch auf die Chancen schauen, also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, Aktien Gold stehen bei Ihnen auch hoch im Kurs. Jetzt kamen auch noch einige Zuschauerfragen, zum Beispiel von Jens Dittrich, Er fragt, Professor Otte, sieht er Russland als Value und Momentum Chance? Alternativ, wo sieht der Moment Chancen, Asset-Klassen, Sektoren, Regionen? Also Russland definitiv mit immer der Einschränkung, dass es da politische Risiken gibt, auch im Verhältnis zum Westen. Und wir haben auch ein paar russische Aktien, gibt es schöne Dividenden, der ganze Markt ist noch relativ billig, kann man machen. In England kann man sich umgucken, sehr selektiv, da gibt es viel Schrott, aber der Brexit ist eingepreist, also ob er jetzt kommt oder nicht, die Märkte laufen ja vor, also da kann man ganz gut schauen. Wir sind nach wie vor bei Teilen der wirklich großen Tech-Giganten dabei, weil das ganz stabile Oligopole mit einer riesigen Marktmacht sind. Die sind zwar teuer zum Teil, aber... Also die Googles, Amazons, Apples? Also Apple ist ein Cashflow-Aktie eher, da ist immer viel Wachstum. Deutschland sind wir sehr skeptisch, da gucken wir eher bei Mittelständlern in der zweiten Reihe, also Unternehmen, die jetzt unter dem Radarschirm der großen Politik fliegen, also wo vielleicht auch noch ein Unternehmer dabei ist, also da kann man auch was machen. Und Sektoren setzen Sie dann auch auf Trends wie jetzt Urbanisierung, künstliche Intelligenz, Wasserknappheit, da gibt es ja so viele Sachen, die gespielt werden. Das sind Marketingverpackungen, also vor Jahren war es schon mit Wasser, da gab es so Wasserfonds und da war alles Mögliche drin. Also dann war ein Versorger halt drin, die aber nicht nur Wasser machen, also das sind reine Marketingverpackungen. Das ist das Problem bei diesen Wasseraktien, weil die machen ja gefühlt alles, also da ist ja, das habe ich mir auch schon öfter angeschaut. Dasselbe mit nachhaltig investieren, socially responsible investing, da gibt es dann extra wieder Ratingagenturen, die machen irgendeinen Stempel drauf, das ist alles, ja, Selbstbeschäftigung. Aber die Menschen denken, ach, das ist der neue Trend, da mache ich was. Aber genau so soll es investieren nicht sein, sondern guck dir das Unternehmen an, guck dir genau an, welchen Markt das ist. Wenn da ein bisschen Wachstum dahinter ist, wie im Internetsektor, ist das ja nicht verkehrt. Noch eine Zuschauerfrage von Scout887 an Herrn Otte. Wie viel Cash in Euro kann man bedenkenlos halten oder soll man jeden Cent, das den alltäglichen Bedarf, Rechnungen etc. übersteigt, in andere Währungen Werte umtauschen? Nein, nicht jeden Cent. Also es ist immer, das wird ja auch anstrengend. Also da kommt dann wieder die Demut. Also ich denke, wenn man Geld, also ich sage schon, Edelmetalle sind gut, Aktien sind gut, natürlich will man auch was Liquide halten. Wenn man da die Hälfte vielleicht in Schweizer Franken hat, ist das nicht verkehrt. Da gibt es ja auch Negativzinsen, aber ich will ja nicht jetzt jeden Cent umtauschen. Also vielleicht kommt es auch anders. Man muss immer bedenken, ich setze nicht alles auf ein Szenario, weil letztlich ist unsere Kapazität, die Zukunft zu kennen, begrenzt. Noch eine schöne Frage von Peter. Klassiker, was halten Sie von Bitcoin? Mach mal die nächste Frage. Nein, das ist für mich ein Riesenhype, dass wir da eine neue Technologie haben, völlig klar. Aber Bitcoins sind unökologisch. Die haben vor dem Bitcoin-Crash wurde das Mining schon, hat den ganzen Stromverbrauch von Dänemark gehabt. Sie sind unsicher, man kann Kriminalität darüber fördern. Es ist eine Ware, es ist kein Geld. Es ist eine Ware. Es gibt ja auch noch andere Kryptowährungen. Sie schaffen Intransparenz. Es war ein großer Hype. Ich halte da nichts von. Nächste Frage von Hermann Todrot. Frage an Herrn Otte. Wie sehen Sie die Welt in 20 Jahren, wirtschaftlich, politisch, technologisch? Ist eine sehr schwierige Frage. Ja, also ich habe ja diese drei Szenarien, entweder es gibt die Welt nicht mehr, wir haben den großen Krieg gehabt, das ist nicht ganz auszuschließen. Wir haben eine polare Welt, amerikanisch-westlicher Block, chinesischer Block. Wir haben eine tripolare oder eine Großraumordnung, Europa, Nordamerika, China, vielleicht Indien. Wir haben die Welt in verschiedenen, das sind meine drei Szenarien. Die technologische Entwicklung geht massiv voran. Das hat eine Geschwindigkeit mittlerweile, da kommt man nicht mehr mit. Also die Fortschritte in der Datenverarbeitung, in Artificial Intelligence, das ist Wahnsinn. Henry Kissinger, der große alte Mann der amerikanischen Außenpolitik, hat vor zwei Jahren, da war er 94, einen Artikel geschrieben, das Ende der Aufklärung. Wenn wir den Algorithmen immer mehr überlassen, also zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto entscheidet sich über fahr den Rentner und nicht die Mutter. Das können wir beide vielleicht noch nachvollziehen, kann man aber auch anders sehen. Wie auch immer, diese Algorithmen, die häufen Daten an und die lösen Probleme in irgendeiner Form. Wir wissen aber nicht mehr, was die philosophisch-ethischen Grundlagen der Problemlösung sind. Das, sagt Kissinger, ist natürlich entscheidend dafür, dass wir als Menschen darüber diskutieren können, das reflektieren können, dass wir also eine Ethik haben für Artificial Intelligence. Also der Fortschritt wird riesig sein. Ich hoffe, dass wir Menschen in 20 Jahren da noch eine Rolle spielen. Ich bin verhaltenoptimistisch, aber nicht sicher. Noch eine spannende Frage, auch zum Thema Tech, so ein bisschen Lazy Gartner fragt. Wie sehen Sie die aktuellen Kurseinbrüche bei iRobot und bei United Internet? Beide Aktien werden regelmäßig von Max Otter als Investment ins Spiel gebracht. Also iRobot haben wir stark auf der Empfehlungsliste, weil die weiter wachsen. Wir haben jetzt durch die Zölle auch ein bisschen Brückenwind gekriegt, aber Gegenwind, aber ein sehr spannendes Unternehmen. Der Gründer ist dabei. United Internet muss man sich überlegen. Die Branche ist sehr schwer. Also es ist eine Branche, die nicht einfach ist. Aber der Herr Dommermuth ist 56 und ist ein guter Unternehmer, hat schon andere Krisen gemeistert. Also United Internet hat etwas mehr Risiken als iRobot. Wäre aber zumindest mal so ein deutscher Player, theoretisch zu machen. Richtig. Beides sind spannende Dinge. Noch eine Frage. Über China haben wir schon gesprochen. Indien. Wie sehen Sie das? Also klar, viele sagen, haben auch viele Einwohner. Aber das alleine ist es ja nicht. Ist das wirklich eine Chance oder ist das überschätzt auch? Also ich kenne ein paar indische Investoren, die richtig reich geworden sind, weil das eben ein wahnsinniger Aufschwung war. Aber das ist für uns Westler natürlich wahnsinnig schwierig, da die richtigen Perlen zu picken. Und es ist ein Land, was noch zum Teil sehr, also es hat sehr intelligente Menschen, aber auch eine zum Teil sehr vorsinnflutliche Sozialstruktur. Kann man mal hinschauen, ist aber verdammt schwer. Also da tue ich mich lieber in Europa, in Russland, in Amerika oder sonst wo um. Also dieses Land ist schwer zu verstehen. Investieren Sie dann jetzt eigentlich auch in China überwiegend oder sagen Sie, das ist auch zu kompliziert, weil Sie sehen es ja durchaus schon vorne oder zumindest stark aufgestellt? Wenig, wenig in China, weil das eben auch, ich sage immer gern, da wird viel Geld verdient von den Chinesen und weniger von den Ausländern. Was ist da das Hauptproblem, dass wir uns einfach zu schlecht auskennen? Ja richtig, das ist doch informelle Strukturen, die Rechtsordnung und so weiter. Jetzt kommen noch zwei kritische Fragen zu Ihrem Fonds von Walter Schloss. Wie rechtfertigt Herr Otte die Kostenstruktur seines Fonds, wenn man bedenkt, dass sein Fonds seit Auflage ordentlich negatives Alpha geliefert hat? Ich zitiere es mal. Und falls die Antwort benchmarkfreie Rendite kommt, das Argument zieht nicht mit so einem hohen Beta, schreibt er. Alpha und Beta sind Begriffe, die ich überhaupt nicht verwende. Also mir geht es um absolute Rendite. Wir haben, das ist auch transparent gewesen, wir haben von Ende 14 bis Anfang 16 die Analysten ausgetauscht, wir hatten Fluktuationen im Team. Das waren anderthalb Jahre mit Underperformance. Seitdem, die letzten drei Jahre, laufen wieder gut. Ich habe mich da mehr darauf konzentriert. Ich habe ein gutes Team, das Team ist stabil. So, also man kann nicht die fünf Jahre nur nehmen, sondern muss auch gucken, da sind Events gewesen. Eine Firma wächst. Die letzten drei Jahre waren deutlich besser. Wenn ich Fonds mische und gucke, mache Fonds Picking, gibt es immer einen, der vorne ist. Die Frage ist, fühle ich mich mit der Strategie von Otto wohl? Also so schlecht ist das ja nicht, was da gelaufen ist. Gerade die letzten drei Jahre waren wirklich gut. Alpha und Beta kenne ich nicht, will ich auch nicht kennen. Mich interessieren Aktien, mich interessieren Investmentgeschichten. Und was wir natürlich machen ist, innerhalb, wir sind ein Aktienfonds, wir müssen 51% Aktienquote halten, aber wir versuchen schon, im Rahmen dessen, wie das möglich ist, jetzt auch die Krise zu antizipieren, ein bisschen Liquidität gehen. Und wenn dann, wenn dann die Krise kommt, dann ist man, glaube ich, gut beraten, Max-Otto-Fonds zu haben. Nach der letzten Krise haben wir in den zwei Jahren, nach März 2009, um den MSCI 40% outperformed. Absolute Performance auch ungefähr 140%. Also weil gerade in der Krise ist es dann schön, da findet man viele schöne Sachen. Abschließende Frage von S.N. Warum gab es vor kurzem eine kleine Ausschüttung von Ihrem Fonds? Das Steuerrecht wurde geändert, beziehungsweise das Recht, und das muss so sein, weil wir ein Aktienfonds sind. Wir dürfen auch bis 49% Anleihen und Liquidität, aber das ist einfach gesetzlich vorgegeben. Okay, das war die Beantwortung der letzten Frage, Herr Otte. Herzlichen Dank. Es war ein Marathon. War, haben wir heute einiges abgerissen, aber Sie haben auch ein spannendes, großes, dickes Buch geschrieben. Also herzlichen Glückwunsch nochmal und hoffentlich geht das richtig weit nach vorne. Leute, liked doch heftig dieses Video, wenn ihr Herrn Otte natürlich auch gerne mal wieder sehen wollt bei der Mission Money. Und ich hoffe, ihr kommentiert heftig. Gibt ja wirklich genug Themen. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Widerspruch beim Bitcoin zum Beispiel. Oder wie seht ihr China? Wie seht ihr die USA? Wie seht der Deutschland aufgestellt? Also es sind wirklich einige Themen, wo ihr hoffentlich fleißig diskutiert. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuschauen und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.